Der Bahnhof Magdeburg-Neustadt Moin! Willkommen auf dem Bahnhof Magdeburg-Neustadt. Dieser Bahnhof liegt nicht weit vom Magdeburger Hauptbahnhof entfernt. In einem Umfeld mit vielen alten Industriegebäuden. Davon sieht man jetzt bei Dunkelheit nicht viel. Trotzdem hat mich dieser Bahnhof fasziniert, als ich hier auf dem Weg von Leipzig nach Hamburg umgestiegen und durch den Bahnsteigtunnel gegangen bin. So habe ich mich spontan entschlossen, einen Zug später weiter zu fahren und eine Stunde hier zu bleiben. Auch abends herrscht in Magdeburg-Neustadt lebhafter Zugverkehr. Dieser Güterzug ist gerade zum Halten gekommen, aber zwischen den Wagen durch sehen wir einen weiteren Güterzug in der Gegenrichtung fahren. und der Gäste aus dem Weg von Leipzig-Neustadt Es gibt hier zwei Bahnsteige mit vier Bahnsteiggleisen. Während der Güterzug weiterfährt, wird schon der RE 20 nach Salzwedel angesagt. Gäste aus dem Weg von Leipzig-Neustadt Leipzig-Neustadt Kurze Zeit später trifft der Gegenzug aus Salzwedel nach Magdeburg Hauptbahnhof ein. Gäste aus dem Weg von Leipzig-Neustadt 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 Neben Gleis 4 liegen noch zwei weitere Gleise, auf denen häufig Güterzüge durchfahren. An dem Ende des Bahnhofs, an dem die Gleise in Richtung Magdeburg Hauptbahnhof führen, liegen die Treppenzugänge und nachträglich hinzugefügte Aufzüge. Aus dem Weg von Leipzig-Neustadt Bad Salz-Elmen. Und hier ist die S-Bahn in der Gegenrichtung, über Stendal nach Wittenberge. Die S-Bahn. Der RE 13 von Magdeburg über Dessau nach Leipzig fährt ab. Hier sehen wir vom Bahnsteig zwischen den Gleisen 1 und 2 zum Bahnhofsvorplatz. Dort kann man zu verschiedenen Buslinien umsteigen. Gehen wir einmal hinunter. Die unteren Zugänge zu den Aufzügen wurden ebenfalls mit den weißen und grünen Fliesen ausgestattet. Die Eingangshalle ist noch weitgehend im ursprünglichen Zustand erhalten. Dieses Zugangsgebäude entstand 1901. Fahrkartenschalter gibt es hier allerdings nicht mehr, nur noch Automaten. Der Bahnsteigtunnel zeigt sehr schön, wie aufwendig manche Bahnhöfe vor über 100 Jahren gestaltet wurden. Hier sehen wir vom Bahnhofsvorplatz aus eine S1 nach Zieletz abfahren. Die Eingangshalle ist noch weitgehend. Die Eingangshalle ist noch weitgehend. Die Eingangshalle ist noch weitgehend. Gehen wir wieder in den Bahnhof hinein. Wie lange diese schöne Architektur noch erhalten bleibt, ist unklar. Es gibt Pläne, hier ein Sportstudio oder ein Museum einzurichten. Für die Fahrgäste wird dann vielleicht ein anderer Zugang gebaut. Oben fährt schon der nächste Güterzug durch den Bahnhof. Die Eingangshalle ist noch weitgehend. Die Eingangshalle ist noch weitgehend. Nachbarbahnsteig Während dieser Regionalexpress abfährt, treffen sich auf dem Nachbarbahnsteig die Regionalbahnen nach Magdeburg und Wolfsburg. Nachbarbahnsteig Eine RB40 nach Burg fährt ein. Während die S-Bahn abfährt – schönen Gruß zurück – kommen auf der linken Seite schon die nächsten Güterzüge. Dieser Gruß war aber wohl nicht für mich bestimmt, sondern für den Kollegen oder die Kollegin auf der anderen Lok. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Außer dem Güterzug sind jetzt noch der RE aus Leipzig und die S-Bahn nach Zielgruppen. Die Lütze im Bahnhof. Die Lütze im Bahnhof. Die Lütze im Bahnhof. Die Lütze im Bahnhof. Damit sag ich für heute Tschüß – und bis zum nächsten Mal! Und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!